Wir haben toll und gut geschlafen. Nach den Anstrengungen der Rundreise und der Flüge wollen wir heute einfach nur am Strand entspannen. So völlig entspannen ist allerdings auch nicht möglich, denn wir treffen gute alte Bekannte, denen wir wieder mal das Leben retten müssen. Gestern Abend haben wir festgestellt, dass auf unserer Terrasse eine Glühbirne defekt ist, was das Lesen im Dunkeln etwas erschwert. Heute ist die Reparatur angesagt. Das erweist sich als ein kleines akropatisches Kunststück. Das ist nicht gut, weil das kann man nicht lesen. Heute Abend im Golden Sea lernen wir Birgit und Wilfried kennen. Zwei Deutsche, die wir über das Myanmar-Forum im Internet kennengelernt haben. Ach du Scheiße. Die beiden scheinen vom üppigen Essen im Golden Sea etwas überrascht zu sein. Gekont richtet Lee wieder den Fisch für uns zurecht. Und so genießen wir wieder ein fantastisches Abendessen, bevor wir zu Bett gehen. Gekonten 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 Gekonten